Geh ran. Geh ran. Ich bin sorry. Das ist nicht der beste Zeit, wenn ich mit mir sprechen kann. Äh, okay. Der ist glücklich, der Typ. Nicht heute. Ich bin sorry, aber ich bin nicht in der Lage, um zu arbeiten. Doch, doch, das ist voll cool. Mach das mal, bitte. Davon kann ich... Ja, Verständnis ist gut. Alles klar, der geht richtig positiv durchs Leben, ey. Wat? Wat? Nein, mach doch wenigstens hier Schluss, Mann. Dann hab ich wenigstens die Aufgabe erledigt. Was geht jetzt? Hä? Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was zum Fick. Was mach ich denn jetzt? Ich ruf den nochmal an. 7, 2, 1, 8, 3, 1, 9. Komm schon. What? Ja, wenn der doch nicht will? Ich möchte nichts Gefängnis. Alles klar. Außerdem hätte ich lieber eine Auswahlmöglichkeit gehabt, dass ich gesagt hätte, er... Halt deinen Maul, Alter. Halt deinen Maul, Alter. Life's a bit like a very old closet. You can find many curious things inside, or keep it closed forever. Or it's door with the drill, or I'll send you a finger of your precious daughter. Or maybe even a gift from your wife. My tools are ready. Was soll ich machen? Was hat er gesagt? Ich soll... Äh, ich soll... Ich soll... Soll ich... Soll ich bohren? Wo denn? Ich check gar nichts gerade, Alter. Ohne Witz. Oh mein Gott. Das ist so eklig. Loch in den Schrank bohren. Alter. Ja, wir... Wir machen da schon was, irgendwie. Es tut mir leid, du willst sterben. Dir wird schon nichts passieren. Rück auf deine linke Seite und sei still. Hä? Ähm. Hä? Und jetzt? Ist das... What? What? Ich check gar nichts mehr, Alter. Äh, die ist doch jetzt nicht tot, oder? Hä? Ist die jetzt tot? Genau. Ich glaube, dass viele Menschen, tief in der Säte, wollen sie ihn töten. Und sie haben keine Wettbewerbe. Ich glaube, dass das nicht so ist, dass ich dir das Angelegenheit verabschiede. Ihre linke Seite ist deine Rechte. Oh mein Gott. Ja klar, natürlich. Jetzt ist sie tot? Ja, ihre linke Seite ist meine Rechte. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Ist das krank, Alter. Das ist so krank. Ohne Witz. Was ist das für ein Game, bitte? Da wartest du nichts, Weiße. Du schaust in deinem Mailpostfach und erwartest einfach nichts davon. Low ceiling, watch your head. Ja, ja, alles cool. Äh. What? Ist das der Elektriker? Hallo? Hallo? Äh, Herr Elektriker? Nein! Wenn ich das nochmal mache, ist er dann wieder am Leben? Ich dachte, das wäre der Lichtschalter! Oh ja, äh. Der war schon tot, der hat doch geschlafen, Alter. Der hat doch geatmet. Der hat sich doch bewegt, oder nicht? Alter. Was geht hier ab? Was zum Teufel? Geht hier ab, bitte! Was tun wir hier? Ich dachte, wir spielen ein bisschen Horror, lachen ein bisschen drüber und nehmen da ein bisschen aufs... Das kannst du ja nicht mal einfach so lustig verpacken hier, ey! Oh, da können wir wenigstens die Tür hier zumachen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ja klar, ich geb sie dir kurz. Oh nein. Oh nein. Ich denke, du wirst jetzt wissen, was es ist, das wir spielen. Der Elektriker hat bereits tot, bevor du ihn sogar telefoniert hast. Mit dem, was zu versuchen, zu sagen, zu gegen den Wind, hast du es alles schlimmer gemacht. Jetzt, anstatt von einem Korps, hast du auch zwei. Alter, das ist mir gerade nicht zu viel, ne? Oh mein Gott. Und du hast es, was das bedeutet, dass das Ergebnis immer deine Erwartungen verliebt wird. Ich würde dir empfehlen, dass du deine Kreativität limitieren und konformieren zu meinen Instruktionen. Ich habe nie Gedanken darüber gemacht. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oh nein. Bitte nicht. Wer ist denn das überhaupt? Oh lol. Oh lol. Wollen wir jetzt hier, machen wir jetzt hier, machen wir jetzt hier Schneewittchen oder was? Junge, was ist denn in seinem Leben kaputt? Warum hast du solche Bilder hier hängen, Alter? Ich verstehe es halt immer noch nicht. Ich, aber... What? Ich dachte gerade, da wäre ein Baby im Schrank, Alter. Oh nein. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, ich habe es nicht erwartet. Hä? Ja, ich dachte, du warst mir. Ich dachte, du warst mir. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, ich weiß nicht, dass du nicht so einfach sehen willst. Aber wir wissen beide, dass du in deinem kürzlichen Haus sterben wirst. Alter. Ja, ich soll auch die Zähne putzen. Toll. Fuck den Kickstab mit. Äh, ohne Witz. Äh, ohne Witz. Nein? Sie hat dich um ihre Finger, das ist alles. Wer weiß, welcher Plot sie nächste Mal mit kommen wird, um einen Lund von dir zu machen. Nicht gegen meine Familie. Nein. Ich werde alles von dir nehmen. Alles. Dein Apartment, dein Auto, die Erkrankungen. Sie wird dich um einen Straten. Aber ich verstehe. Ich glaube nicht, dass das echt ist, Alter. Ich weiß es nicht. Warum sind wir denn jetzt wieder komplett in diesem Modus drin? Hä? Halt die Klappe. Was zum Fick, Alter? Können wir bei dem Klopfen gehen eigentlich? Kann ich nochmal? Halt die Klappe sagen? Oh nein. Oh nein, wer ist das denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Äh. What? Typische Fanpost. Ja, und jetzt? Mach das weg! Alter! Ist das jetzt meine... Oh! 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 Ich wusste, was er zu tun hat, um das zu verhindern. Sein Name war nicht real, aber seine Worte waren ehrlich. Erinnerst du unsere erste Konversation? Warum actst du wie ein Hopeless Case? Willst du enden mit einem BANG? Du bist ein Monster. Und Monster haben keine Reflektions und Mirrors. Du hast noch keine Ahnung? Lass mich dir helfen. Aber du musst dir das fucking Satellitdäsch nehmen. Ich kann nicht die richtige Frequenz finden. Wenn du es fixest, sprechen wir face-to-face. Und ich hoffe, du wirst endlich aufstehen. Alter, ist das eklig. Antenne. Was für eine Antenne? Muss ich jetzt aufs Dach oder was? Warum sind wir denn das Monster, wenn der uns... What? Geistliche Werke der Barmherzigkeit. Die Sünder zurechtweisen. Die Unwissenden lehren. Die Zweifelnden beraten. Die Trauernden trösten. Die Nackten bekleiden. Die Toten begraben. Was ist das? Was ist hier los, Alter? Vergiss den Finger nicht. Okay. Oh. Hä? Wie soll ich denn den Finger da reinlegen, bitte? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Einfach einmal probieren! Oh! Alter! Okay, wir sollen die Antenne richten. Aber wo mache ich das? Wie soll ich das tun? Können wir die nicht mal ein bisschen aufräumen oder so? Irgendwie? Bitte? Antenne richten. Wie zum Teufel soll ich das denn anstellen? Kann ich das Fenster aufmachen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das im Kühlschrank jetzt sowas wie Fingerfood? Alles klar. Er eskaliert. Ja, wo soll ich denn hier was machen? Kann auch hier nichts machen. Kann nichts machen. Schau mal an die Pinnwand. Oh. Ariel and Tittler Express. 663 21 32. 663 21 32. Okay. Den müssen wir dann wahrscheinlich auch wieder töten. Angeblich. Vor allem mitten in der Nacht. Hä? Als ob. So. Als ob das passiert. Weißt du? Niemals. Geh ran. Los. Ja, ich möchte gerne Pizza bestellen und vier große King Menüs. Dings. Bums. I see. Have you tried changing the position of your antenna? Hat nichts gebracht. We'll send our servicemen to your place then. Oh Gott. Oh Gott. 22 St. Dimfna D-Y-M-P-H-N-A Street Apartment 9 Someone will be there to assist you. Bye. Alter. Der Kopf. Was sollen wir mit dem Kopf machen? Wo soll ich den denn hin tun, bitte? Soll ich den hier auf den Tisch stellen und sagen, Oh ja, cool. Das ist meine neue Tischlampe. Hä? What? I? Geh. Geh da rein. Was ist jetzt? Ich? Nein. Ich? Nein. Scheine. Ich detached. Ich, was. Oh ja. Ich? Ich.